Ah, hier? Ja? Der Alec steht voll auf Ketchup, Alter. Der schmiert seiner Katze Ketchup auf dem Muschi und schlägt's ab, Alter. Dazu kann ich nein sagen. Naja, das Gute ist, das Niveau kann nicht weiter sinken. Doch, gar nicht. Schön, dass du das auf Trieb spezialisch nimmst. Bei mir steht das aber jetzt auch auf einmal auf Russisch. Das letzte Versuch aufzuholen. Ach, du hast so dein Internet kaputt. Hey, ihr seid aber noch nicht im Gefecht, oder? Nein. Ne. Startet erst nur 15 Sekunden. Mein Leroy ist schon rausgeflogen. Wollt mir auf um zu schreien. Weil... Hey, ihr habt aber bei euch Lett schon ein Spiel. Ja, startet jetzt. Ich hab mich schon gesetzt. Eseh, ernsthaft ist das... Wuhuuu. ICH HAB EN TRIGER! charcharcharcharcharcharcharchar Èh.. Browser Bilde. projecting. �ilite- Was für'n Nazi? Irgendein Nazi sitzt neben mir. Bei mir ist einer rausgesprungen. Ja, er weiß auch schon warum. Hahaha. Bei mir hat das Spiel schon wieder nicht gestartet. Ich verlass den Punkt mal, wenn ihr das Spiel fertig habt, dann ladet mich da einfach noch mal ein. Ja sicher, hallo, Idiot. Oder hat sich hier irgendetwas penetriert? Vielleicht ist das ein genereller Fehler. Seine Katze ist über Patron gelaufen mit dieser Patron. Ja, ich weiß nicht, ich hatte das letztens ja schon mal. Also eigentlich habe ich es immer. Guck mal, bei Gustav vielleicht ist da irgendeine Lösung. Habe ich schon irgendein gesucht und irgendwie nichts gefunden. Keine Ahnung. Mir war aber auch zu nervig, das ist ja insgesamt alles noch ziemlich verbuggt. Da, rechts. Ist halt reinges Fahrzeuge. Naja, aber das war's. Die selben Probleme gab's einfach schon vor über einem halben Jahr, als ich das schon mal installiert hatte. Und es ist immer noch nicht besser geworden irgendwie. Ich weiß gar nicht, was die verändert haben in dem halben Jahr. Es gibt immer noch dieselben Waffen. Es gibt immer noch dieselben Panzer und so weiter. Es gibt immer noch dieselben Karten. Es sind nur ein paar Karten dazu gekommen. Aber die wichtigen Sachen, wie ein vernünftiges Matchmaking, dass man auf Start drückt und irgendwie innerhalb von 30 Sekunden startet. oder dass es plötzlich läuft, äh, tun's immer noch nicht. Mir läuft's gut. Ja, aber du musst doch auch immer irgendwie zwei Minuten, drei Minuten warten, bis es losgeht, oder? Ja, das ja auch. Minimal. 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 In強rucks. Minimal. 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 Ra four. र-pausal. Excuse me. Inών. Lost-Lie. Wo, 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 wo ganz viele? Ja, Alter, du... Pass auf, die sind ja alle ziemlich verwirrt. Boah, ich wurde gesnipert. Und wieder. Alter, ihr könnt alle nicht mit dem Tiger umgehen. Alter, lass dich alle Tiger klauen. Ich war doch mit dem Tiger, du Sackgesicht. Was, du hast keinen Tiger? Nein, ich war nicht stopp. Ja, jetzt hab ich sie. Boah, unkürt steht der. Ich geh auf den Tiger. Ich kann ja alle damit nicht umgehen. Schwerer Panzer hier, Krieger. Das ist irgendwie schon beleidigend, ne? Wenn man als geschätzte Wartezeit eine Minute und drei Sekunden da stehen hat und schon drei Minuten gewartet hat. Ich hatte das schon mal mit 15 Minuten. Ach ja, das Spiel ist irgendwie vom Matchmaking noch verkackt. Immer noch. Obwohl es sonst halt so cool ist. Boah. Geil, jetzt hatte ich mal ein Stück, Alter. Ich seh Carlo. Ja, Flo, du musst auch schon den Kopf einziehen, Mensch. Ja, mit Panzerfahrt. Da kommt einer mit'n... Der Reinwelche zu uns in Spawn, die wollen bestimmte Finger klauen. Ab, ne? Wollen die klauen? Bestimmte Tiger, als wir die Kommandanten abschießen am Anfang, weißt du? Ja. Wie wir immer machen. Erlagbar. Hallo? Hallo? Ja, sieh ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020